ok ich weiß nicht warum aber ich stelle immer alle gruppen auf stumm ja das normal auch das hat mich auf meiner arbeit schon gereicht dass ich da ständig in so einer Gruppe drin bleiben musste nee ich habe zu viel eine Nummer gehabt und ich wollte es eigentlich auch gar nicht was soll ich denn sagen wir in der Warframe haben wir schon wieder neue Leute kriegt ich komme ja alle ständigen WhatsApp weil ich schlank wahrscheinlich irgendwo in mir so wo ich muss kurz meinen ein tolles aufgeben mit mir saft okay war früh gesagt wird es der Volkspand gibt es nicht ich habe selber sparen das macht die kletzten oder andere starten goldmissner aber kritik hoch hoch er war mir ist auch schon eine er aus einem wurde drei jetzt seine kollegen gerufen die ich oder konnte ich aus der luft bei mir bei mir die die wollen mich wo der hinsen über die mauer die ratten ich schreibe alex zum beispiel heute morgen wegen den epischen und so ich schicke immer das was ich halt ein epischen gemacht habe dann habe ich gesagt so es bockt halt nicht mehr weil und der fragt so wcf warum ja weil ich die mal alleine wurde dann morgens einfach ein bisschen mehr online wenn ich nicht eigentlich im Grunde auf 300 wach ich schlafe an den mann ist länger war ich bin nicht einmal wach bin dann bin ich war in der rote du hast das so wie ich du rufst er wie alt ich hab die nummer nicht hübschen und bei der nummer ist ja immer nicht blutiert auf anrufe nicht im schlaf der blöde noch stehen ja ich hab's das gemacht dankeschön ich ruf dich über telefonszelle an aber kein telefon sechs jahre mit dem der kenne meine chemie kann observiert wenn knapp pro minute sind 20 cent und jetzt die ganze kiste dann lege bei das 5 x 5 6 bei die 6 sie aus 100 3 minuten was das für eine nummer kann ich nicht wenn du kannst mich auch über telefon zu lernen aber nützt ja nix ich gehe vorhin so hallo guten tag kriminalpolizei bayern lege ich gleich wieder guten tag kriminalpolizei bayern ich habe mal auf eine flotte nummer sind sie dabei nicht und zwar steht dass sie ein treibad eines kindes abgeholt haben und zwar haben wir in befürchtung dass die kinder vom fahrrad schubsen und am daten riechen stimmt das geht es weiter als er hat sich nach dem heimlich woher die gestern es ist ein sattelriecher ja dann ist natürlich gestern der frage gestellt vor dem ganzen männern hier ne ohje stell die frage noch mal auf der älteste büro handwerke ach so ach so ach so allerdings wenn wenn prostitution das älteste gewerbe ist ist dann selbstbefriedigung das älteste handwerk habe ich gemeint habe ich wohl mir selten ein wunder der herr was gut gut eigentlich kann man sich ja darum streiten doch was jetzt länger gibt ob das jetzt wird selbst befriedigung länger gibt oder das mit der prostitution eigentlich nächstes ja beides gleich lange geben weil romeo und julia sage ich nur da romeo und julia alter hau mir auch mit dieser geschichte dinge bei den beiden hat aber definitiv der alkohol gefehlt bonnie und kleid wo habe ich mir nicht mehr auto geparkt den habe ich geklaut ich bin adac der everdo bestand kein gentleman schäm dich wie kein gentleman ja was ist ja richtigkeit du was ist ein gentleman ich bin so ein gentleman dass ich zu dir fahre gibt es nicht mehr bitte ich bin so ein bisschen habe ich noch nie gehört das hat einer mal gemacht aber die frau ist auch ein anhalter dann ich bin damals sogar ins krankenhaus im krankenhaus gewesen konnte mich nicht bewegen wegen meinem merkwürdigen in flammbrücken da war es ein alter op das war von alter schule da hat mir sogar was zum trinken an mann gegeben das was schönes das war das ist ja nur ein slide jo ich hab da wirklich gesehen am tollen nee die seine frau war auch im bett gelegt neben mir das war auch völlig so ähnlich so hat er eine frau ja der arme gelegen gelegentlich haben die auch eine frau tatsächlich äh luca ja habt ihr da was hingelegt ah cool danke alles weg genutzt staubsauger ja mal so wie bei tb da ist der staubsauger boah staubsauger bei diablo 4 bin ich jetzt staubsauger ich mache jetzt pro sekunde 3,6 millionen chart da ist einer wo nee da doch gut doch er will meine krone haben der ruck auf zum bahnhof ey das ist der hans alter ich schwöre das ist der ich habe vor dem geilen wie heißt das geilen satz ich überfahre den jetzt er ist das geile satz erotik erotik ich bin die autobahn polizei es drei punkte flensburg warum eigentlich in flensburg werden wir doch in deutschland leben ich habe den kerl jetzt drei monter arsch geschossen drei monter schade kriegt die ganze zeit ab links von mir geht es auch ab ohne spiel es nehmen wir jungen spieler hoch und wir haben richtig kleine kreisen ich glaube das sind richtig brutale was für ein landsmann bist du ich ja aus litton ja und ihr ich komme aus in sauland ich bin als die afrikanerin daher auch meine tiefe ausbrachen hat jemand bei harmonie ja ich oh hey schuldig diga hui äh nein nachdem ja alle nur kacke gehabt sind die hier drin was wo sind die anderen das doch noch dieser gelbe kreuz ja wahrscheinlich weniger leise mhm wo sind die nur sohn ich will sie sich ich muss auf jeden fall im medaillon spieler noch sind mhm 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 oder läuft dort noch wenn nicht scheiß drauf komm noch mal raus du musst hey jetzt wirklich hier in der sache ah ja ja jetzt ok ok jetzt ist die luft rein wer braucht der sniper muni ich ich hab aber nur 19 schuss ne amy hast du noch paar schuss ich hab nur noch sechs ok dann ich kann dir ein paar abgeben wären jetzt danke so reicht danke ja wie viel hast du jetzt sechs was ja warte da gibt's noch einmal das heißt dass euch das heißt wenn ich alles ausgeht dann gebe ich alles aus hier auch der fernseer ja ne zum glück kann ich da schneller reagieren also falls jemand mit geredet habe ich habe niemanden gehört ja keiner hat was gesagt glaube ich reise alright gold sind im auge ey das ist so ein gold der drecksack will ich so eine mit mir rauchen dann kommen die mit mir 110 gezogen ja die verzieht so hart ne ja darum spiele ich ja auch nicht mit dem großen Visier warte von der scharfschütze scharfschütze ja aber ich würde mal Richtung Zone gehen äh du hin ist noch mal der Rick alter von vorhin der will bestimmt die Krone haben die ich da geschenkt ne der haut noch mal ab 110 ja und der kommt jetzt hier her ne doch nicht ist der jemand bei dir wir sind hier bei der Tankstelle schön schön uh fuck au oben auf dem Berg passt auf da 105 das sind ja noch mal getroffen das sind gute snipe warte das liebe bg der drecksack der ist immer noch auf den Stellen nein sniped jetzt ja ich hab ja nichts ich hab ja nichts also ich kurz lasse ich bin voll blueberry schein das ist aber kein das ist scheiße haupt ne jetzt hab ich endlich wieder meine Zone Leute lasst äh lasst äh in Richtung Zone gehen du die Zone ist schon da das ist nur Katzensprung ja ja hier ist ein Medi hier ist ein Medi danke ja Modus brauche wo noch Sönseli alle ja ich glaube ich werde sehr kritisch ich werde sehr kritisch ja doch ein SPS geht lass doch jeden schnell erobern oder Flüchte vor der Zone vor der Zone ist nach der Zone vor der Zone ist nach der Zone 1 SPS haben wir da weiter geht geballert oh Flügel na ich geh mal medikit von mir unterwegs so jo alter die macht ein Fernsektor ne gut zu euch ich muss kurz nach nach die Richtung ich geh schon mal weiter jo ja Rick und Marty Alter hat sein Team nochmal geholt wir sind da oben auf dem Hügel ich glaube es fliegt gleich in die nächste Zone aber und ähm wie lege ich mich die galerno nexmo plätze zu schmeißen du spaß die alter Achtung in der Sonne bei mir oh shit schönes ding du kannst du hier ach so du ist schon der Produkte danke danke Jungs bei der wo sind die wir noch flessen was müssen die Böden noch jetzt ach so naja alles gut die war nur für immer weg kannst du ruhig behalten schau mal so wenn du die hier sind noch zwei einer weg da ist das das also haben wir dann ich habe das steht doch nicht schönes Ding also ein Headshot Spins gut erläutert oben am Berg ja es hat mich an die hier alter nein 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 nie 105 der so gut wie schild prügt und die hielt ich immer holen zu stellen aus der scheußen ich habe gebrochen ja danke müssen schnell machen von nunme gar nicht ohne ich bin auf jeden fall von den angeschüssen mitgemacht wo er ist in der luft das hat gröner hier ich habe ihn gesnipen oder ist noch einer die letzten zwei hier ist aber ja stark nur noch einer ein bisschen hilf brauche ich trotzdem noch du wollte ich passen nicht meine zähne kronen also die stellen uns wirklich so an dass wir uns jetzt alle gerne ich habe noch einen rücken am besten wollte ich habe noch ein medien ich glaube der ist unten am bahnhof das heißt er ist ein richtiger bahnhof skammler ja dann er ja wir müssen sowieso nicht das jungen der ist jungen hier ich wurde angeschossen siehst du ihn der ist dann gut soll die idee der steht eh leute müsst raus das macht gerade noch gleich nach fünf klicks jetzt noch zu vertreten raus mit euch der folgt eh nicht so gut ich glaube ich bin der gammelt einfach hier oben was mit sagt wir haben leiden das war stabil es ist für mich nur noch 80 kronen wir noch 96 bereit machen wir haben nicht jetzt nicht jetzt aus der runde Okay.